So Fluffy! Nachwuchs für Bibi und Tina Starslina und Tillmann Endlich zu dritt und der Sprössling ist so niedlich! Seit Dezember 2016 sind die Starslina Larissa Strahl, 20, und offiziell zusammen. Jetzt wurde es wohl Zeit für den nächsten Schritt, denn die Turteltauben haben auf ihren Sozial-Media-Profilen ihr Baby vorgestellt, ein Hundewelpe mischt ab sofort den Alltag des Bärchens auf! Auf Instagram teilte die Baby-Blogs-Berg-Darstellerin am Sonntag ein süßes Selfie. Darauf posieren sie und ihr Liebster mit der Mini-Golden-Duddle-Dame Ilfi, einer Mischung aus Golden Retriever und Budel. Dieses kleine Mädchen ist das süßeste Ding, das ich jemals sah. Und das Beste daran ist. Es ist jetzt unser kleines Baby. Ich kann es nicht abwarten, bis sie erwachsen ist. Und genau so möchte ich, dass sie für immer und ewig dieser kleine Welpe bleibt. Sie ist so ooflauschig, ich werd wahnsinnig. PS, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Insta eine Weile lang voll mit Welpenbildern sein wird, schrieb die Schauspielerin. Über so viel Tierliebe freuen sich auch die Fans. Mit Kommentaren wie Omk, wie Kohl, diese Nachricht zu erfahren. Das Hündchen ist so süß oder ihr seid bezaubernder und unvorstellbar tolle Eltern für Ilfi heißen sie den flauschigen Vierbeiner des jungen Paares willkommen. Seid ihr auch so vernaht in das Hundepabi? Stimmt ab in unserer Umfrage.